Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur ersten Folge von Minecraft Ihr seid am Leben, ihr seid am Leben, endlich habe ich ein Leben Aber ich bin doch untot Ach, okay Zombie du bist leider aus dem Projekt ausgeschieden, tschüss, geh ins Wasser, verschwinde Raus, weg, nein, komm zurück Ohne Kack, wer will denn mit denen reden? Sehr gut Okay, wir sind heute in der Dreiergruppe, in der ersten Folge, Manu, Anton und ich Manu hat meinen Lieblingsbap getötet Manu ist so ein Arsch Also wir sind jetzt Maudado, Mr. Moorgame und Zombie, hallo Und die Kuh Ich hasse Manu, der ist voll der Trebser Und die andere Gruppe ist German Let's Play umgespielt und Anton, ein ehemaliger alter Freund von Simon Voll hässlich, schau mal an wie schwarz der ist, ich glaube gleich fängt er an Bambus zu pflücken Der wäscht sich einfach nie, der wäscht sich einfach nie 4, Kulti, machen wir einfach auf 2, ist normal, genau Äh, Schwierigkeitsgrad ist normal, also Vorsicht Okay, wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad normal Vorsicht, Gegner, komm Damit können wir den Manu töten Das Schöne ist, ich kann einfach mich offscreen umgucken und mit Plänen machen, was ich dann in der Folge bauen will und so Das war die Kleinigkeiten, die mich bei Aura dann gestört haben Weil German Let's Hitler so streng war mit den Zeitregeln German Let's Hitler Ja, naja Hey, der Hunger füllt sich immer wieder von alleine auf Okay, es ist scheinbar Ja, nee, jetzt Äh, doch, doch, wieder Der Hunger füllt sich irgendwie auf The fuck, ja cool, danke Okay, werden wir, werden wir nächste Folge ändern Ändert ja eigentlich nichts, wir haben eh genug Essen Ne, ne, werden wir in der nächsten Folge um kümmern Ja, alle Leute, die dann letztendlich halt auf dem Server ausgewegt werden, sollten halt sich einfach nur anständig benehmen und äh, freundlich miteinander spielen und nicht irgendwie total ausrasten, wenn einer von uns auf den Server kommt Und ich hab jetzt gebratenes Kaninchen Wieso füllt sich mein Hunger auf, wenn ich stehen bleibe? Er hat wieder auf Peaceful gestellt, glaub ich Ne Hä, meine Hungerleiste füllt sich die ganze Zeit von alleine Meine hat sie auch wieder gefüllt Die füllt sich und wird wieder leer instant Ich hebe mich, A20 Oh, es regnet Okay, ich verstehe das nicht mit der Hungerleiste Meine auch Oh, ich hab Redstone War da Sand? Ja, ja, Sand ist hier rar Okay, Redstone kann man ja nur mit einer Dings abbauen Na, Eis und Spitzhacke Mach's nicht kaputt, okay Mr. Moor, ich brauche, ich hab noch das Hühnchen Es ist So, wie du's noch nie gegessen hast Ich hab Eisen Oh mein Gott, ich hab grad Oh mein Gott, hier ist ein Enderman, da richtig am ausrasten ist Und jetzt ist alles richtig dunkel Ja, wirklich auch Vor allem, äh, Simon Simon, ich regge gar nicht, obwohl ich voll bin Mit Essen Das ist, ich verstehe das auch gerade, überhaupt nicht Und dann irgendwann füllt das wieder auf Und dann läuft man trotzdem wieder Ey, vielleicht ist es auch voll normal in der 1.8 und wir sind einfach Genau, ist einfach normal, dass man sich so rumbackt Wenn ihr neu scheint, dann stimmt die Anzeige Äh, achso Ein halbes Herz, ey Ach, weil die ganze Zeit die Schwierigkeit Genau, weil's umgestellt wurde, während wir auf dem Server waren Ich hab nur ein halbes Herz Ah, jetzt Ah Oh Mr. Moor ist die erste Tote, first blood Aua, ich bin einfach nur gestorben, weil die Treppen runtergegangen Geht alle auf seinen Kanal und schreibt first blood L2P, nein, schreibt nicht L2P Okay Ist alles okay bei dir? Ja, ja Oh, Moor ist tot Was? What the fuck? Rest in peace Raus, Faro, raus Gebannt Okay, wir sind immer alles schon gebannt Ich mach mal wieder, ich flieg mal das Loch Ah ja Da stirbt er einfach Komm, ne dir, ja, brust, ne dir, ja Hä, was war das? Äh, hä? Achso War schönes Projekt Er ist einfach geläftet Pass auf, da ist Rieper Ich geh zu denen in den Raum und klau das Essen Ich hab die Rieper einfach weggekommen und egal Ich greif die an Nein, ich geh nicht in den Raum, ich will die nicht unterbrechen Obwohl, die wirken noch so beschäftigt Stopp, 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 ich lieg mich dran und will klau was Hunger Gebannt Essen Die haben Schnitzel Oh, lecker Echt? Steak Hilfe Hier, essen Schnitzel, Maudado Ja Ja Okay Wie eiskalt Jetzt einfach Ja, noch ein bisschen was Okay, lass uns gehen, schnell Ja Sie haben nix gesehen Danke Danke Im Ofen gibt's noch mehr Falls ihr Hunger habt Oh Ich hab doch Essen Kanächenfell, was macht man daraus? Hä? Da keine Gegner Boing Oh komm schon, ich will doch Ich will doch nur einmal in meinem Leben Dias finden Und dann geh ich auch wieder hier raus Und du hast ne Rüstung? Ja, geil Ja Geil Dann haben wir alle schon mal was erledigt in der ersten Folge Ähm Hey Ja Ja Liebe Zuschauer Wie gehabt's Hallo Hallo Es ist so, dass Minecraft Wie ihr Leben jeden Tag kommen könnte Also man darf eine Folge pro Tag maximal machen Man muss aber nicht Das heißt, man kann auch offline spielen Man kann im Stream spielen Ähm Das heißt, wie viele Folgen kommen Das entscheidet letztlich ihr Ob es euch gefällt oder nicht Das Spiel Wie war's euch? Äh, wie war's für euch? Ähm Die Herzen Das Leben ging irgendwie runter Äh, der Hunger Und dann ging's ja wieder voll Du musst es reconnecten Ach, das war ein Bach Weil du die Den Schwierigkeitsgrad Während wir gespielt haben Oh, das war wirklich nicht Oh mein Gott Die Zuschauer-Bands wahrscheinlich alle in den Kommentaren geschrieben haben Wie dumm ich bin Okay Dann weiß ich Bescheid Tschau Tschüss